In diesem Video zeige ich dir, wie du ganz grob profitable Nischen findest und als allererstes erkläre ich dir natürlich erstmal, was überhaupt deine Nische ist. Ja, du kannst hier schon mal sehen, ich habe hier schon mal die vier größten oder weltweit größten Nischen aufgeschrieben und wir werden da mal ein bisschen eintauchen, ich werde dir zeigen, was Subnischen sind, warum die so wichtig sind und dann werde ich dir gleich nochmal zeigen, wie man das Ganze dann auch auf Amazon anwenden kann, damit du die richtigen Nischen findest und nicht den Fehler begehst, den leider die meisten Self-Publisher auch begehen, gerade wenn sie neu damit anfangen und zwar ist es dann leider meist so, dass man doch eher erstmal damit anfängt, auf eine Buchidee zu kommen und sich zu denken, ich glaube das wird gut sein, weil irgendwie habe ich Interesse an einem Thema, wenn ich Interesse daran habe, dann gibt es irgendwo auf der Welt bestimmt oder hoffentlich auch Menschen, die Interesse daran haben und dann verbringt man eine Menge, Menge Zeit da mit dem Erstellen und mit dem Schreiben des Manuskripts und eben auch mit der Veröffentlichung und dem Marketing und dann merkt man am Ende, oh Mist, da gibt es irgendwie gar keinen Markt für oder der Markt ist überfüllt, das will irgendwie gar keiner lesen oder es gibt am Ende gar keine richtige Zielgruppe für das Buch, keinen scheint das Thema so richtig zu interessieren oder es will einfach gar keiner Geld dafür ausgeben und dann sucht man lieber irgendwie auf YouTube oder Google danach und das ist dann wirklich sehr, sehr, sehr schade, wenn man darüber nachdenkt, wie viel Zeit und Energie es dann doch wirklich am Ende braucht, um solch ein Buch zu schreiben und zu veröffentlichen und damit all das nicht passiert, kommen wir jetzt einmal auf die Basics zu sprechen und zwar die vier größten Nischen weltweit. Also du hast einmal die Geldnische, das ist eine, es ist nicht die erste, aber es ist eine der größten Nischen, dann Gesundheit und Fitness natürlich, Dating und Beziehung und Lifestyle im Allgemeinen. Jetzt würde es als Anfänger nicht unbedingt viel Sinn machen, wenn du dir denkst, oh ich schreibe mal einfach ein Buch über Lifestyle, Lifestyle im Allgemeinen oder ein Buch über Fitness, das irgendwie das Thema Fitness allgemein abdeckt. Denn diese Nische ist einfach so groß und so gewaltig, dass dein Buch einfach komplett untergehen würde bei der ganzen starken Konkurrenz. Deswegen muss man kleiner anfangen, man muss spezifischer werden und deshalb ist es wichtig, Subnischen zu finden. Subnischen, die sehen dann ungefähr so aus, nehmen wir hier nochmal wieder Geld als Beispiel. In der Nische Geld hast du viele, viele kleinere Subnischen. Zum Beispiel Finanzen managen, Geld in der Börse anlegen, Geld sparen, investieren lernen, Online-Geld verdienen und selbst in diesen Subnischen kannst du dann nochmal tiefer eintauchen. Beim Online-Geld verdienen wäre es zum Beispiel Online-Marketing, PPC-Werbung schalten, Ads optimieren. Du kannst dir das Ganze vielleicht auch einfach mal als Baum vorstellen, heißt in dem Fall sind die Blätter, also das was ersichtlich ist, was am größten ersichtlich ist, dann die vier großen Nischen und die Subnischen, also die kleineren, sind dann die Äste hier, welche die Blätter tragen, wollen wir dann sogar noch tiefer gehen bis in die Wurzeln nach unten, das sind dann die wirklich richtig, richtig spezifischen Subnischen, da geht es richtig ins Detail. Und wenn du willst, dass man deine Bücher findet, wenn du dir eine Reichweite aufbauen willst, dann fängst du unten mit den Wurzeln an, fängst an dort in diesen Sub-Sub-Sub-Sub-Sub-Sub-Nischen sozusagen, das Ganze zu dominieren und arbeitest dich dann erst später bei den Buchveröffentlichungen immer weiter zu den Ästen vor und irgendwann hoffentlich dann natürlich auch zu den allergrößten vier Nischen, dementsprechend hier zu den Blättern. So kannst du dir das Ganze ein bisschen vorstellen, um da mal ein Bild auch im Kopf zu behalten. Wenn dich also das nächste Mal jemand fragt, Mensch, wie funktioniert das eigentlich mit diesen ganzen Nischen und Sub-Nischen, was hat es da auf sich, dann hast du hoffentlich hier das Bild vom Baum im Kopf, damit du das auch wirklich ganz einfach und ganz simpel erklären kannst. Aber kommen wir jetzt nochmal zu weiteren Beispielen bei Gesundheit und Fitness, da wäre es zum Beispiel Muskeln aufbauen, das wäre eine Sub-Nische, wenn man dann noch tiefer da reingeht, wird es zum Beispiel Muskelaufbau für Frauen, Muskeln aufbauen für Männer über 40, dann hätten wir wieder eine andere Sub-Nische, Fettverbrennen, dann gehen wir noch tiefer rein, Fettverbrennen am Bauch, Fettverbrennen an den Beinen, am Po und so weiter und dann hätte es zum Beispiel Training für zu Hause, dann geht es in Richtung Training ohne Geräte, Training mit dem eigenen Körpergewicht, da gehen wir dann noch tiefer in die Nische rein und das Ganze kann man natürlich bei den zwei anderen großen Nischen, beziehungsweise man kann auch sagen Themenbereichen, da natürlich auch so anwenden. Das Ganze kann man natürlich auch auf Amazon anwenden, nehmen wir jetzt mal die E-Book-Sektion hier als Beispiel, ich gehe mal auf E-Books und sehe hier einmal die ganzen Kategorien, die zur Verfügung gestellt werden und da kann man dann zum Beispiel auch gut erkennen, Börse und Geld, Business und Karriere, das ist so die große Nische Geld. Ja, Freizeit, Haus und Garten, das geht dann so eher in Richtung Lifestyle. Kochen und Genießen könnte man gut unter Gesundheit abdecken und wenn wir dann nochmal ein bisschen tiefer eintauchen, ich mache das jetzt hier mit der Ratgeber-Sektion zum Beispiel, ja dann gehe ich mal hier in Ernährung rein und da sehe ich schon wie das Ganze tiefer und tiefer in die Materie, beziehungsweise in die Nische reingeht, ja aus Ernährung wird auf einmal Ernährung für Babys, für Kleinkinder, für Sportler, für Jugendliche und Schulkinder. Wenn ich dann auch zum Beispiel für Sportler klicke, dann geht es zwar von der Kategorie, die dir hier Amazon vorgibt, zwar jetzt nicht tiefer rein, aber wenn wir hier mal so ein bisschen auf diese Liste schauen, dann sehen wir, okay, Lauftraining, also man könnte vielleicht auch ein Buch darüber schreiben, inwiefern man auf seine Ernährung achten sollte als Läufer oder hier als Sportler, der vielleicht ins Gym geht oder hier als jemand, der Muskeln aufbauen will, der sich eiweißreich ernähren will oder vegetarisch oder ketogen. Oder der Intervallfasten betreiben möchte. Ja, oder hier extra für weibliche Sportler oder männliche Sportler. Ja, du siehst also, du kannst wirklich sehr, 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 sehr tief in diese gewaltigen Nischen reingehen und immer kleiner und spezifischer werden. Und das ist auch so ein bisschen das Ziel gerade als Anfänger, denn auf die Art und Weise wirst du es am leichtesten hinbekommen, wirklich gerade zu anfangen, Geld zu machen und die Nische zu dominieren. Und im nächsten Video zeige ich dir, wie du ganz grob erstmal eine Nischenlist zusammenstellst und damit dann auch massenweise Ideen für deine nächsten Buchideen sammeln kannst, welche wir dann im finalen Schritt, ja, das ist dann die nächste Lektion, die dritte Lektion, in der wir uns auch ganz speziell anschauen, welche Nische sich wirklich lohnt oder von welchen du lieber die Finger lassen solltest, weil sie einfach nicht lukrativ sind oder vielleicht zu viel Konkurrenz auf dem Markt ist. Soviel erstmal im Allgemeinen zu den vier größten Nischen und natürlich auch den Subnischen.